Oh ja, du bist gut, hab ich jetzt. Machst du Video? Ich hab hier zwei farbige Augen. Oben braun, unten blau. Schönheit, du. Ei, nicht beißen. Ja, nicht beißen. Nicht beißen. Ja, das wollte ich gerade beißen. Ja, süß hier, ich darf es zurück. Deine Schönheit einfangen. Kannst du nichts dafür. Du bist schön, aber dafür kannst du nicht. Kannst du nur beißen und dicken. Mit dem Chanel das Leben schwer machen. Naja. Na, du Bödelblöde. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.